das letzte level in der gießerei ist der jahrgang 2011 das klingt eher nach einem wein haben natürlich immer noch mit lava zu tun aber wir können ach wir bewegen jetzt das ding da oben den wagen der unten unsere lava da unten hält ist ja mal interessantes level zum schluss und biet wir müssen die gleich mal erhitzen wenn wir die möglichkeit haben es war das denn leute was war das denn shit oder ein bisschen ja was verloren gegangen auf dem transport die versicherung die zahlt das hoffentlich aber wir müssen das zeug erhitzen das stein hat schon ein boah hier war ein steinwand guckt euch das mal nein 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 shit 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 wir müssen das erhitzen ich bin mit dem wagen hängen geblieben okay am anfang können wir auch speed geben also vollgas vollgas ja sag ich doch hier müssen wir ein bisschen aufpassen hier war das eine ding da das hat aber ganz kurz nur jetzt shit jetzt kommt da gleich noch die wand oder das läuft über oder was auf long anymore die luck die la demonstrated aus oderэтinseneineineineineineineineineineineineine Wartet mal wir müssen zurück und wir der Lava einheizen So Muss immer schön geschmeidig bleiben So jetzt dürfen wir Oh Wartet mal Hä? Was war das denn? Irgendwie ist das Ding kaputt gegangen Hm Und Gas Come on Ja hauptsache der Wagen fällt runter und geht nicht kaputt aber wenn wir da irgendwo Ich weiß nicht Irgendwo da her fahren dann bricht das Ding schon auseinander Bums Nicht so schlimm Die Lava ist so Knochen trocken Wieso haben wir verloren? Hm Ist mir irgendwie ein Rätsel Warum haben wir jetzt verloren? Könnt ihr mir auch nicht sagen Ich weiß Manchmal bin ich auch so überfragt wie ihr Und frag mich auch Wie zum Teufel konnten wir jetzt verlieren? Boah Jetzt hat er so komisch nur eingeheizt Ganz wenig Shit Oder die Lava wurde zu hart vorhin Oder wir haben den Wagen kaputt gefahren So So ein bisschen weniger Speed gegen Jetzt bremsen Hallo, 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 hallo Leute Das ist doch nicht deren Ernst oder? Was mach ich denn falsch? Verstehe ich nicht Baaah Haha Hauptsache die Ketten die halten Was auch unrealistisch ist Komm, komm, heizt ihn doch ein Och man ey, das wird nichts Das wird nichts Die Lava ist wieder zu kalt Bevor wir das Ding wieder erreichen Guckt euch mal an Die wird immer kleiner Und kleiner Und kleiner Ach man ey Das ist doch bescheuert Für ein Level brauchen wir hier eine halbe Stunde Und echt Am Anfang war ja noch alles witzig mit dem Kaffee und keine Ahnung was In der Kanalisation und wo wir auch überall waren Haben wir schon eine halbe Weltreise gemacht Ähm Woah 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 Shit Ist zwar jetzt einigermaßen heiß geblieben, aber Wir haben sehr viel verloren Und jetzt wird die wieder kalt, Leute Ich graste aus Scheiße Schaut euch die Kacke da mal an Schaut euch das an, Leute Schaut euch das an Da Ah, 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 ah Alter Das ist doch nicht ne... Oh, das ist doch nicht wahr, ey Wir waren doch schon an der heißen Stelle da Das finde ich so unfair, ey Wie gesagt Je... Je länger man das Spiel spielt und so weiter man kommt Desto unfairer wird's Aber wirklich Am Anfang haben die noch Gnade vorrechter weilen lassen Aber jetzt Mittlerweile Weiß ich nicht Das ist echt ein bisschen unfair Warte noch, jetzt kehrt die Lava wieder aus Schön Ich wollte eigentlich ein bisschen Schwung dagegen fahren, aber Aber das wurde wohl nix Naja Müssen wir halt mit Speed da runterfahren Und hoffen, dass wir einigermaßen ganz ankommen Hier müssten mal so Stellen sein, wo die die Lava wenigstens ein bisschen Ähm, erhärten Hä? Hä? Was war das denn? Was war das denn? Wir hatten nix mehr drin und trotzdem ging's weiter Nur weil das scheiß Ding der oben kaputt gegangen ist What the fuck? Scheiße Ja Ja, jetzt wurde's einigermaßen erhitzt Aber auch nicht wirklich genug Wir haben gelernt, wir müssen aufpassen, wenn wir dagegen fahren, ne? Sonst verlieren wir wieder die ganze Lava Aber Oh fuck, die fängt an, äh, zu schmilzen Komm, 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 komm Oh, wir müssen jetzt so heiß machen Wir haben ja relativ viel Lava übrig und sind noch relativ dabei Achso, achso, das Ding bewegt sich, deswegen sind wir grad kaputt gegangen Verstehe Ah, scheiße, Leute Nein, 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 nein Boah, ich häng da an der Kante Ah, scheiße, ey Ah, so ein Wichs, ey Das ist doch Das ist doch nicht unfair, oder? Natürlich ist das unfair, nicht unfair, ey Hört mir doch richtig zu, ey Das ist verdammt unfair So, ganz, ganz langsam Das wäre noch ein bisschen erhitzen Aber jetzt wissen wir ja ungefähr wie man's macht, aber das ändert ja nix daran weil die Lava schon grad wieder fängt anfängt Oh, diese blöden Blöcke da, ey Oh, zurück, zurück, zurück So Eigentlich müssen wir nur die Balance halten auf diesen kleinen, aber feinen, äh, Brettchen Ich drück doch schon nach rechts, Leute So, jetzt muss ich nach links drücken Oh Nach links, nach links Fahr nach links, du Esel Fahr nach links Oh, Mann, ey Oh, das ist doch frustrierend, ey Wirklich frustrierend Ich kann da echt nichts mehr zu sagen, ey Das ist Das ist einfach nur zum Kotzen So ein komisches Wegelchen hier So Einigermaßen eingeheizt Ist noch flüssig, aber gleich ändert sich das relativ schnell Innerhalb von 5-10 Sekunden Schätze ich mal Aber die ist noch flüssig Jetzt wird's ja hart Ah, jetzt Oh, wartet mal Ey, so gut kam er bisher noch gar nicht durch So, jetzt Jetzt müssen wir es aber schaffen, Leute So So, jetzt muss ich mich voll konzentrieren Also, pscht, Ruhe Ruhe, hab ich gesagt Ruhe Boah Jetzt darf ich wieder reden Heftig war das scheiße schwer, ey Okay Boah Nein, 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 bitte Bitte, bitte, bitte Scheiße Scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Hoch, hoch, hoch Boah What the fuck Habt ihr die fiese Stelle gesehen? Ey, zum Schluss, ne Boah Leute Alter Alter Das Ding ging noch zum Schluss kaputt Und ich düster so gemütlich Oh, wir haben es geschafft, ey Und dann selber, ich gehe kaputt, ey Was ein beschissenes Level, ey Drei 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 Drei